Seid ihr die Groupies? Nein. Nicht die Groupies? Nein, wir schauen nur zu. Ach, ihr schaut nur zu? Ja. Achso, ich habe gedacht, ihr seid eine Groupies. Alle funktionieren. Okay. So eine Uhr. Die Goldene. Die Goldene. Was möchten Sie haben? Also ich würde den Boden schrubben. Den Boden schauen? Den Boden schrubben. Schrubben? Schrubben, ja. Inwiefern? Ein paar Prozente. Ein paar Prozente. Okay. Dann schrubbe ich den Boden oder, was ich auch kann, ist das Glas reinigen. Okay. Ein paar Prozente nur. Inwiefern? Was möchten Sie jetzt von uns? Möchtest du die Uhr kaufen? Ja, genau. Ein paar Prozente nur. Also wenn ich es ein bisschen so halber Preis... Wisst ihr wie das funktioniert mit dem Blümchen und dem Bienchen? Das ist aber keine Geschichte, oder? Wie funktioniert das? Weil meine Mama hat letztens mir das erzählt und das funktioniert genau gleich wie mit dem Menschen und dem Kümmelchen. Ich kann nicht sagen eigentlich. Also wirklich halber Preis? Nein. Gar gar nicht. Ich würde auch... Also ich könnte auch die... Wie sagt man... Fußreflexzone-Massage kann ich zum Beispiel? Sehr schön. Bloß... Es geht gar nichts. Thai-Massage? Auch nichts. Auch nicht? Okay. Aber... Zum Beispiel was ich auch kann, ist so... Ich könnte so Rosen herstellen. Das ist schön, aber das ist vorausgegangen schon irgendwie die Herstellung. Kann man gar nichts machen, oder wie? Gar nicht. Überhaupt nichts. Also, so dass man eine Uhr reduziert. Ich denke ihr seid hier am Studieren und das auf Wannen führen, so wie das jeder mag. Und das ist ein schöner Tag. Kann ich was noch weiter singen, wenn ihr das so toll findet? Und du mit deiner bauten Jacke siehst aus wie ein Stückchen Gold. Du hast einen schönen Busen, da können wir gleich schmusen. Nein, nein, ich bin doch kein kleines Schwein. Alles klar, danke fürs Zuhören. Ich muss dir kurz was sagen. Du hast voll die schöne Haut. Danke. Und auch voll die schönen Fingernägel. Findest du, ich find's nicht, danke. Und auch voll die schönen Lippen. Und auch so wahnsinnig... Hast du scherzt? Nein, nein, nein. Also wirklich jetzt so eine... Das Outfit passt hier sehr gut so. Okay. Und... Also auch die Haare so, die passen sehr gut zu deinem schönen Gesicht so. Es tut mir leid, dass ich lache, aber jetzt kommen wir jetzt so wie ein Scherz vor. Nee, also ich spreche halt gern die Wahrheit aus. Das ist halt so mein Ding. Das ist nett. Deswegen find ich auch, du hast sehr schön... Also das ist auch sehr schön, wie du hier mit der Zigarette deinen Kaffee trinkst. Find ich auch wunderschön so. Also das ist einfach alles sehr schön so. Das Gesandbild meine ich jetzt. Verstehst du mich? Okay? Wollte ich dir nur sagen, gell? Vielen Dank. Schönen Tag, schönen Tag. Gerne, gerne. Hier auch. Wir haben gerade für einen YouTube für einen Comedy-Kanal gefilmt und nur einen Joke. Okay. 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 Sehr schön. Sehr gut gemacht. Ja? Ja. Ist okay, wie wir es hernehmen? Alles gut. Dankeschön. Tschüss. Danke, tschau. Schönen Tag. Wir haben hier für unseren Comedy-Kanal gefilmt, wenn das hier Bescheid ist. Sorry. Wir haben gerade für unseren Comedy-Kanal auf YouTube gefilmt. Ja. Ich bin nur Spaß. Danke. Das habe ich mir schon gedacht. Aber trotzdem. Das war ganz cool. So können wir es hernehmen? Ja, natürlich. Cool, danke. Schönen Tag. Runde, 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 runde. Vielleicht haben die Kurve gerückt. Nein, 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 nein. Alles klar. Alles klar. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.